Um beim Skifahren der Beste zu sein, brauche ich das beste Material. Bei der Landwirtschaft ist das nicht anders. Deshalb vertraue ich auf die Trocknungstechnik von Lasko. Wir befinden uns jetzt hier in Flirsch am Ahlberg bei meinem Pferdezuchtbetrieb. Ich bewirtschafte mit meinem Bruder zusammen gute 20 Hektar. Ich habe knapp 30 Pferde, sechs, sieben Fohlen im Jahr und Pferde sind meine große Leidenschaft. Es ist mir natürlich sehr, sehr wichtig, dass die mit Topfutter versorgt werden. Heuer ist das Thema in den letzten Jahren immer mehr konkret geworden, dass man wetterbedingt Probleme hat, gutes Futter zu erzeugen. Deshalb haben wir heuer die Heutrocknung von Lasko angeschafft und sind sehr, sehr zufrieden. Ja, gute Heuqualität ist natürlich sehr wichtig. Jeder Bauer weiß, wie wichtig das ist, erstens für die Gesundheit der Tiere und auch für die Leistung. Und ja, man spart sich natürlich auch auf der anderen Seite Kraftfutter ein und ja, ich würde diese Entscheidung immer wieder treffen. Es war noch nie so einfach, Qualitätsheu zu produzieren, denn meine Tiere verdienen das Beste. Ihre doch auch.